An der Mörker ist verspätig nein bald rausnehmen holen sogar sogar schon da ich brauche keine schule hat oder das da rein, das da rein, das hier rein, oder auch nicht, because no Platz in the hood, hier rein, da rein, das da rein, Spinnleiter kann hier mit rein, Leder, Knochen, zack, 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 oh, Alter, das war so verkackt lange, man, ich mach mir echt bald eine Map, warum, ob es jetzt fertig ist, Stein, nee, aber noch einer, gut, ich bin mal gespannt, wie viel Level wir damit schaffen, brauch ich das noch, alten Shirt, what the fuck, hatte ich noch einen alten Shirt dabei, keine Ahnung, so, 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 zack, zack, müssen wir das noch 5000 mal machen und dann haben wir es, Stein, 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 das muss sein, ich lasse da aus, Ende aus, Mickey Maus, naja, wenn ich noch Kartoffeln nicht braten kann, dann braucht man nicht sinnlos Steinbraten, weil ich wahrscheinlich niemals damit bauen werde, ja, das kotzt mich schon so ein bisschen an, Zack, 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 da noch was rein, das bleibt doch erstmal schön, Party, Musik, bisschen gut Laune holen, das ist schön, ich hoffe, ich bin so gut drauf, das will ich, gut Laune, Party gehen, what the fuck, laber ich da, wieder drei, das heißt, zack, 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 ich wollte das Eisen mitnehmen, danke, äh, zacki, bam, bam, so, dann werde ich kurz meinen Cut machen und dann gucken wir mal, was wir uns mit dem für einen Sattel bauen, bin mal gespannt, also, ähm, bisch, gleich, okay, ich weiß, dass was für ein Bike wäre als nächstes bauen, wer denn, dafür benötigen wir unseren kleinen Shenlong, der immer noch keinen Namen hat, vielleicht kriegst du auch niemals einen Namen, wenn die Leute nichts in die Kommentare schreiben, tut mir dann sehr leid, wir brauchen einen Dschungel, hat mir nicht hier irgendeinen Dschungel, dschungel 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 dschungelirt dschungel unten im wichten wälder stückgewichten bald nicht thichten Alter, hast du es, wenn die Welt nicht so schnell rendert, wie ich will, ne? Da ist Schnee, Schnee will ich aber auch nicht. Wow Berg, wow! Au, voll gegen gefahren. I need a dschungel biome now Please Da ist mehr, da möchte ich nicht Warte Waren wir hier nicht am Anfang? Ja, ne? Krass Geil Das freu ich euch jetzt schon wieder ein bisschen, ne? Ich war auch nicht von dschungel, ne? Am Anfang Nee Motorboot Dschungel Bitte Where are you? Please show me your Standort Oder so Ich verarsche, ich bin von dschungelern hier Das finde ich nicht so nett Dschungel, 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 was ist eigentlich hier? Das ist Gravel? Krass ist scheiße, warum ist hier so viel Gravel? wie auf einmal gas geballte in der hülle und so ist nicht schnell aber ich würde sagen ich suche einen dschungelbäum wir sehen uns sofort wieder wenn wir eins haben okay ich habe gerade noch kein dschungel gewonnen aber so was hier das sieht aus wie ein tempel ein bisschen verbuddelt ist aber sie haben nacht und in der wüste spawn immer viele mobs könnten aber versuchen hinten zu parken können natürlich gerne die skelette mitnehmen da diese und knochen droppen können und wir knochen nötigen schon lang bleibt ab und wow baum und ich werde diese falle nicht auslösen nein 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 ich möchte über die ressourcen haben mach du scheiße das mob wenn er hätte ich das sowas von gar nicht gefeiert bloß kein rest am fackel haben oder sowas abend naja lohnt sich kaum aber emerald schon besser und knochen nice ich freue mich mehr über knochen als über anderen scheiße sattel was haben wir da noch das ist richtig geil für schuhe alter ihr seht mich haben auch noch keine texture ich schäme mich so ich möchte wieder hoch wieder hoch und dann tue ich so als wäre hier nichts geschehen alter spinn dich woanders hin halte ich das schon what the fuck zack da bin fast am eingangl rausgekommen ja ich höre die musik immer selber auch das heißt ich hab die nicht dass ich die immer einspiele und sowas weil ich mach das immer so ich höre die musik mit wenn jemand keinen bock mehr auf die musik habt dann heißt es für mich einfach tom du brauchst neue musik so einfach geht das wow er hilft mir sand zu farmen finde ich nett leiter creeper hallo ich glaube ich mach die zombies so als so ein zom mit dem zombie skin und draußen ist gerade der müllwagen ich hoffe den hört man nicht so laut zur folge und die zombies hat die dann aus dem zombie jahre ich habe auch so laut zu sein mann andere leute wollen aufnehmen dreistelte ein krieger wenn das man nicht eine chance ist nein 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 wie wer durch gegenseitig ben durch scheppmach als er so dass man den weitig es bleibt 97 Nein, 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 nein. Au, 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 nein, 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 nein! Na, ah, ah! Mann! Ich rast doch bald aus hier, Mann! Fick, du, ich geh Penn! Wenn du auf einmal! Die hacken mich alle! Was ist denn der schon lang? We need it. Now, last death point. Und... Sooo, sind wir angekommen... Bin da gestorben? Nee, fuck, das war gar nicht death point. Das war doch... Ich muss noch ein Stück weiter. Wie viel weiter muss ich denn? Muss ich schon wieder speeden? Oder soll ich reinschneiden? Ich weiß nicht... Ich glaube, ich fliege da jetzt so hin, fliege da nach Hause, dann mache ich eventuell eine Aufnahmpause, weil die langsamen Hunger haben, mir noch was zu essen machen muss. Und ich langsam auch wieder das Ränder muss und holen an, wo sonst habt ihr nichts zu sehen. So. Wir sagen erstmal unseren Freund da hinten ein. Wobei... Nein, wir bereiten unseren Shenlong. Ich hab grad genießt, ich hoffe man das nicht gehört. Ich hab noch versucht, mich so schnell wie möglich zu... Muten! Oh, das TNT! Oh, der hatte TNT dabei! Geil, Mann! Äh... Hose! Krass, er hatte ein Verzauberungsbuch dabei! Krass, scheiße, Juuu! Alter, so ein Typ müssen wir da hier mal looten, Alter! Ähm... Oh, mein Schaufel! 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 So... Natürlich fliegen wir dabei auch nach Hause! Aber... Ja... Das ist ja ab 265, glaub ich, war so Schluss, ne? Ja, da ist der Beacon, der geht nur auf Maximale Höhe. Wir können echt höher! Krass! Ab 400 lassen wir uns mal runter treiben, gucken wie weit wir kommen. Und... Genau, jetzt krieg ich keinen Leertatz mehr. Ihr seht auch eine Zahl rechts, dass die runter geht. Oben rechts. Minimal geht die aber runter, krass! Ich könnte ja versuchen runter zu imageen, aber ich glaub, das stirbt man. Ja... Denk ich, sehr stark. Ich würde gerne was trinken, aber da fünge ich erst die Flasche aufmachen. Das heißt, ich muss meine Hand von der Wehtaste loslassen. Und das wäre nichts zu... Alter, wie weit ist denn das denn nach Hause? Jung, jung, jung. Da vorn, okay. Wird irgendwie schneller runterkommen? Wenn ich jetzt genau wüsste, wo das Wasserloch ist... Da vorne, ne? Hier? YOLO! WUHUHUHU! Alter, wir haben es echt geschafft! Krass! Chen Long hat es auch überlebt. Ging auf jeden Fall schneller! Tschüss! Da ist immer noch kein Dschungel gefunden, ne? Das ist natürlich ärgerlich! Und ich habe die Kohle nicht rausgenommen. Kohle... Dann... Zack! Wir kommen uns viel näher. Ja, also... Ich glaube... In der nächsten Aufnahme... Season... Haben wir das Bike zusammen. Dann werde ich aufscreen ein paar Viecher sammeln, oder? Warte... Wir brauchen 2... 4... 6... 8... Ja, stimmt. Hm. Aber wir haben auf jeden Fall genug Sattel jetzt auch. Strings... Das Eisen kann da rein. Das Gold dahin. TNT kommt auch erstmal da rein. Das brauchen wir zum Utah... Duster weg. Amaraids kommt nicht da rein. Slime boatamente kommt auch nicht rein. WTF Duster... Sand... Küsten... Verzahlbundbuch Blacklist... Elements Buch... Kommt her rein... Sofern wir hier noch Platz haben. Komm, hier Gold. Werdmal kleiner. Slime boating... WTF Wo am denn die Platform her!? Krass! Geil! Ich beschöre mich nicht, so ist nicht Nice, geil Geiler Scheiß Oh ja Was haben wir hier draußen nochmal gebaut Ach so Kartoffeln, ja die brauchen natürlich Weil der Chunk nicht geladen war Äh, okay Ich kann euch auch noch kurz nochmal was lustiges zeigen Bevor wir eine Aufnahmepause machen Ich nehme Weizen Und gehe zu den Kühen Und dann seht ihr mal wie krass schnell man da levelt Alter, ich hätte es nicht mehr dass drin was wie ich krieg So, unglaublich Aber wahr Na, ja, guck mal rein Also wieder, huhu Wenn du dich so gut Bo-Bopp-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bopiesb religions- gedrückt halten sie eine leiter freund erlaubt man noch einmal durch so 5 reingegangen das ist so krass wie viel erfahrung man kriegt durch dieses füttern von den piechern übelst also hätte ich nie gedacht dass man da so viel erfahrung durchkriegt unglaublich vor allem so wie die gitarische nähren zack da rein wenn ich das noch kurz weg automatischer ofen ist zwar geil aber wir brauchen erfahrung im moment einfach das ist ein problem genau die hühner antreiben hier die da rein bleibt doch mal stehen jetzt hier was stahl aus alter wo alle rein da hat ein riesiger großer familie ich hab schön die haben auch genug platz und keine ahnung keine angst ja gut da würde ich sagen wir haben leder da nichts mehr drin wieder ein leder machen für einen sattel war sehr erfolgreich anführungsstrichen ich gucke ob ich immer noch level 30 im krieg und auch noch draußen mobs und später irgendwie verkloppen oder sowas aber ich würde trotzdem sagen vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne eine bewertung da lassen über ein abo würde ich mich auch freuen und ja wir sehen uns dann in der nächsten aufnahmesession wieder also bis dann haut rein euer klärer tom bye bye und ciao